Mach dein Arsch, du. Mach dir aus meiner Leitung raus, du Pirme. Ich ganz ehrlich bin, Jasmin ist auch dabei beim Tierpark. Einst sind meine Lampen weg, mein Teppich, mein Warmwasserbeuler. Rechtsordnung haben eine Anzeige. Das ist jetzt das zweite Mal, wo sie uns die Mäbel wegnehmen. Die Schweine, meine Jardinen sind weg. Hier stinkt alles nach Farbe. Mein Warmwasserbeuler weg, meine Tapete weg, meine Lampen weg. Das gibt eine Anzeige. Mach dich raus hier. Mach dich raus hier. Mach dich für meine Gautschwunder. Von einer Skala von 1 bis 10. Wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten. Was sagen Sie denn zur aktuellen Flüchtlingspolitik? Raus mit die Viecher. Die sind ja nicht erwünscht.